Willkommen, weil die schon ganz doll sind. Junge Damen, einen Herren haben wir auch da. Martin. Aber, warum sonst hier? Frau Eckemeyer hat jahrelang Födengruppe geleitet. Ja, ich wollte gar nicht mehr aufnehmen, ich habe vergessen. So, ganz besonders nach in den letzten 10, 10 Jahren, Frau Christina. Und ja, wir bedanken Ihnen natürlich vor allem auch der guten Frau Schulte, die sich sicherlich freut vom Himmel aus. Und, ja, ich weiß nicht, wir alle noch wehvieler haben, weil wir jahrelang auch von größeren Mädchen, die Gruppen gemacht haben. Susanne, hast du gar nicht mal eine Gruppe gehört? Susanne Keller und Ursula Hilder, das ist noch mehr. Also, wir können gar nicht, wir können vergessen, jedenfalls, hier, Gisela, oh ja. Alle, nicht zu vergessen, Janette, Annika, hat auch eine Gruppe gemacht. Ach, was, wir alle. Diese lange Jahre. Also, allen ganz, ganz herzlichen Dank. Also, ich habe die Hälfte jetzt mitgemacht. Also, ich habe nur 6 oder 7 mal so an die Hälfte. Also, ich habe nur 6 oder 7 mal so an die Hälfte. Ja, das war eine echt. Stattdäckung. Und sie geht weiter. Ich habe keine Sorge, ich möchte keine Rede reden. Also, ich möchte zum weiteren Verlauf des Vormittags. Gleich, wenn alle Ehren mit dem Ohren kommen, noch ein paar alte Schmetter wiedersehen, die heute zum Anschluss. Ja, das sind die Stimme, ich möchte. Aber jetzt habe ich auch noch so andere Getränke aus der Kasse. Natürlich, ja, denn das möchte ich auch hier bedienen. Wir werden auch einfach. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020